Musik Hallo zusammen! Ich habe einen ganz besonderen Geheimtipp von einer Freundin bekommen. Hier in Berlin, in der Friedrichstraße, soll es ein außergewöhnliches Reisebüro geben. Eines, das schon beim Buchen so richtig Lust auf Urlaub macht. Meine Freundin ist total begeistert und ich gucke mir das jetzt natürlich auch an. Kommt doch einfach mit und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Das ist ja cool! Also da muss ich auf jeden Fall hin. Habt ihr das gesehen? Herzlich Willkommen bei uns im neuen DER Erlebnisreisebüro. Welchen Reisewunsch kann ich Ihnen heute erfüllen? Also ich suche eine ganz besondere Reise und wo die hingeht? Keine Ahnung. Wenn Sie sich erst einmal grundsätzlich inspirieren lassen wollen, dann können Sie gerne in einem unserer Bildbände blättern oder aber auf unserer Website derder.com surfen. Musik Und was ist das? Das ist was ganz Besonderes. Folgen Sie mir doch einfach. Gerne. Hier haben wir unzählige Filme aus fast allen Ländern dieser Erde. Unter anderem auch ausgefallene Reiseziele, an die Sie bei Ihrer Urlaubsplanung vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Das heißt für Sie zurücklehnen, entspannen, genießen hier in unserem Heimkino. Musik Und wenn wir dann etwas Passendes gefunden haben, können wir das bei mir am Counter zu Ihrer perfekten Reise zusammenstellen. Musik Sie haben ja auch diese neuen Brillen. Darf ich die mal ausprobieren? Ja natürlich. Das ist ein ganz besonderes 360-Grad-Erlebnis. Musik Also das Ganze hier ist ja wirklich eine völlig neue Dimension von einem Reisebüro. So habe ich das noch nie erlebt. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu meint. Aber ich finde es hier wirklich großartig. Wie der Berliner sagen würde, echt dufte. Also runter vom Sofa und hier vorbeischauen in der Friedrichstraße 69 im DER Reisebüro. Ihr könnt ja ganz gechillt euren Urlaub buchen. Denn ihr wisst ja, Urlaub ist sowieso das Allerschönste, finde ich. Also viel Spaß dabei. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020